Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Hier am Start ist der ganz klein gewachsener, mittlerweile der Marc Galaxy. Und wir machen heute Oldschool. Es gibt nichts Oldschoolers auf unseren beiden Kanälen. Wahrscheinlich alles eine Fussball-Challenge. Ja, und nicht nur irgendeine Fussball-Challenge, sondern eine gute, ja die Crossbar-Challenge. Also Leute, wir machen die allerseits bekernten Crossbar-Challenge. Wenn du weisst, was du wert bist, dann geh hin und hol es dir. Aber nur, wenn du bereit bist, die Schläge einzustecken. Aber zeig nicht mit dem Finger auf andere und sag, du bist nicht da, wo du hin wolltest, wegen ihm oder wegen ihr oder sonst jemanden. Aber wenn du nicht anfängst, an dich zu glauben, dann hast du kein Leben. Ja, es gibt eigentlich nicht viel zu erklären. Jeder hat 10 Schüsse. Und der, der von diesen 10 Schüssen am meisten trifft, ist echt absolut Baller so. Das ist einfach der King. Und heute müssen wir eigentlich nachstellen, eBay. eBay hat für euch ein Geschenk. Versus Manchester United, oder? Ja, so quasi. Champions League-Auslosung des Lebens. Scheiss Champions League-Auslosung, aber ja. Ja, was sollst du machen, oder? Was sollst du machen? Äh, schau, das Ding ist, wir schiessen von dieser Linie hier. Von hier. Und dann ist halt einfach das Ziel, dass du die Latte triffst. Also so, zeigst schnell vor. So muss man es nicht machen. Ja, quasi, eh. Quasi. Mehr oder weniger. Wir fangen an mit der Crossbar-Challenge. Und ich würde sagen, der Gast fällt nicht an. Let's go. Was habe ich da gehört? Wie? Der Gast fährt an. Äh, der? Also, erster Schuss. Was soll ich sagen? Ich, äh, Paul Pogba. Ich, äh... Sprachen lernen, Babbel. Francais. Au revoir. So musst du es machen. Ja, genau so musst du, ja. Du bist für so. Oh mein Gott. Ich glaube, genau so trifft man die Latte. Hast du gehört? War es easy? Ah, es war easy? Ja. Darf ich jetzt die Fans, weil ich dort ein Easy-Fans teilen. Darf es nie enttäuschen, oder warum? Es ist einfach ein Latte-Treffer machen. Easy Game, easy XP. Das wird absolut nichts. Mmmh. Aber er ist schon... Er ist schon einiges besser als wir. Hast du gehört? Ja, Nico. Marc Galaxi, sie will ein Kind von dir. So. Also, ich muss noch zu ihrer Verteidigung sagen. Das ist absolut mein erstes Schuss seit... 5 Monaten gewesen. Locker. 5 Monate? Ja. Über 3. Aber ja, komm. Komm. So. Let's go. Zweiter Schuss. Easy. Prost! Prost! Der Punk ist echt ein bisschen enttäuschig. So für die ganze YouTube-Geschichte und die ganze Familie und alles. Es ist echt enttäuschig. Ich will nicht wissen, was er gesehen hat, aber absolut ist scheisse, was ich will. Absolut true, einfach. Genau so true wie der Latte-Treffer-Ritze. Wie kann man so schlecht sein? So zum Beispiel? Ja. Also ja, das ist halt so einfach. Ebay hat normalerweise keine Angst gegen meine Urne. Okay, jetzt hier. Jetzt sehen wir mal wie das funktioniert. Gut. Ist gut, ja. Was? Das war knapp. Du hast 3, ja, 3. Ja, 2. 2. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Kennen wir jetzt das Sprichwort? Alle guten Dinge sind 3. Darum machen wir das jetzt easy. Okay. Wird das eine trifft? I'm going to go away. Oh! Ja, 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 ja. Gibt's nicht mehr viel zu sagen, ausser dust liken das Video für einen Pumpkin-Fest. Nein, hallo. Gebt auch ein Like. Ja, ist das? 1 zu 0 nach 3 Schüsse. Also eigentlich habe ich hier schon eine Scheisse-Rolle. Ich muss das Manual spielen und du bist in Bern, oder? Ja, eben eBay. Der Sieger der Herzen sowieso. So sowieso. So sowieso. So, ja. Und das bleibt schon wahrscheinlich auch. Der Sieger der Herzen. 4. Schuss. 4 steht für Lifestyle. Let's go. 27 001 2018 5,720 5,620 Das ist einfach in der Technik. Ist das etwas falsch, oder? Du musst etwas... Mhh... Ähh, ich fress. Ich habe früher mal gesehen, in meinem Kindchen gesehen habe ich eh oft, Ohne die grössten Opfer Hihmer Glück im Leben. Was? Was hast du gesagt? Ohne die grössten Opfer Hihmer Glück habe ich gesehen. Früh. Aha, früh also ja. Ich weiss nicht, ob ich zu dem noch stehe, aber... Oder der hat schon du vorhin getroffen. Hassenmark-Galaxy. Vierter Schuss. Zweiter Ladentreffer. Let's go! Oh ja, aber das war ja nicht ganz die richtige Technik-Qual. Ja, ich bin eben nicht so der Technik. Ich bin der Nick von Hipster Knogs, alle zusammen. Der Schuss. Der wird mir nicht im Köby-Kuhn. Kinder-Hits. 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 Liebe Fabi. Was ist denn? Crossbar. Hits mit Crossbar. Äh... Das kann man fenerieren. Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Das gibt's doch gar nicht! Knapp. Bizarre. Oh! Oh! Oh, sorry. Manchmal kurz Skills... Dann schaffe ich es nicht mehr. Manchmal muss man einfach die Skills auspacken. Okay, ja. Dino-Skills. Ronaldinho-Musik im Hintergrund. Also warte, warte, warte. Okay. Man muss schnell konzentrieren. Oh! Technik ist nicht ganz vorhanden. Fünfter Schuss, oder was? Fünfter Schuss. PSI-B. Frömmür in meinem Herz. Ich habe das letzte Mal I-B-Match vor etwa 10 Jahren geschaut. Aber I-B. Wirklich. Mann, das ist doch nicht so schwierig. Manchester United. Ich habe absolut nichts am Hut mit dieser Mannschaft. Let's go! Oh mein Gott! Du weisst schon, das Lass dort oben ist nicht der Song, oder? Sicher? Ja. Hast du mich gewusst? Aha! Ja, also ein bisschen. Ist richtig. Ist gut. Das ist gut, ja. Also. Vor allem. Ich darf vielleicht gar keine grosse Schnurren haben. Ich fange einfach erst rein zu treffen. Absolut schlecht ist die Schüttler. Jetzt kommt Schüttler. Ist das schon der 6. Schuss jetzt? Du musst noch nur treffen nach 6 Schuss. Das ist schon ein bisschen embarrassing. Ich bin noch nie so schlecht in meinem Leben. Was jetzt so embarrassing wäre, ist wenn ich den nicht treffen würde. Aber zum Glück triff ich den weisst. Sonst wäre es schon ein bisschen peinlich, aber ja. Oh mein Gott! Zum Glück. Triff ich den weisst. Sonst wäre es schon ein bisschen peinlich, aber ja. Unglaublich wie scheisse wir sind. Weisst du was? Das ist eben das Ding bei mir. Wenn ich das Video laufe, dann bin ich nicht ich selber. Dann bin ich abgelenkt. Ich glaube ich muss einfach in diesen Tunnelblick kommen. In diesen Fussbauer-Vokuss. Und dann gehts. Du musst schauen, beim nächsten Mal schiessen. 100% Athleten. So wie? Mach, mach. Okay, okay. Alles was er gesehen hat, ich setze es jetzt um. Okay. Jetzt scheint 1-1. Ihr erinnert mich noch an die Worte, die ich vorher gesagt habe? Merkt nichts. Focus. Oh mein Gott! Weisst du, solche Sachen machen mich wirklich aggressiv. Wenn ich so... Weisst du, man denkt so, ja, das ist eine riesige Platte zu treffen. Und dann... Es wäre auch riesig. Aber dann bist du echt ein unfeiliges Stück Scheisse wie ich. Und dann gehts einfach nicht. Aber zum Glück ist es ein Scheisse eins, und wenigstens führt er nicht. Der 8 Schuss schon, oder? Der 8 Schuss... Der 8 Schuss... 8... Ich würde sagen... Es muss ein bisschen achtsam sein. Ja, Moin. Oh. Acht. Umgekehrt steht von Unendlichkeit. Und mit dem Schuss gehe ich jetzt Unendlichkeit von der Geschichtsführerin. So, let's go! Nein, 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 nein. Acht Schuss. Acht. Umgekehrt steht von Unendlichkeit. Und mit dem gibt's gar nicht Unendlichkeit von der Geschichtsführerin. Ich möchte ja nicht viel sagen, aber schau jetzt selber. Ohne Scheiss, ich könnte wirklich anfangen zu heulen. Das Video ist ja immer bei Fail Army, oder? Ja. Es ist wirklich traurig, wie schlecht wir sind. Oh, Lizzie. Das kannst du nicht mehr antun. Also, ist das jetzt wie 9 Schuss? Du, das ist ja der 9 Schuss. Wenn du jetzt nicht triffst, wird es schon schwierig mitgewinnen. Ja, aber ich habe keine Angst. Zum Geld habe ich keinen. Ist es irgendein so gekommen? Pumpkin the fearless. Heidi, Heidi. Oh mein Gott. Es ist wirklich unglaublich traurig, Dude. So. Fass geht ab. Ich bin euer Pumpkin. 9 Schuss. Wenn ich den treffe, kann ich den Pumpkin gar nicht mehr gewinnen. Ich könnte nur noch einen Unentschieden raus holen. Aber wir müssen da wirklich auch darüber reden, ob das überhaupt jemals... Ja, machen wir. Erst Taten und dann Worte, oder? Tunnelblick, Fokus. Das war wirklich. Ich mache mich hier mit Entschuldigungen bei allen Zuschauern, bei allen Familienmitgliedern, bei allen Freunden, die ich enttäuscht habe. In diesem Video ist es wirklich traurig, wie schlecht wir sind. Aber wir haben beide noch einen Schuss. Ich habe noch nie so etwas Spannendes gehabt in meinem Leben, glaube ich. Noch wirklich noch nie. Noch nie. Allgemein vom Spannungsfaktor her ist es so, Walking Dead, Breaking Bad, die Fussball-Challenge. Das ist so. Das ist ein super Vergleich. Und jetzt... Die Latte. Die ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Nach dem Schuss. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ich würde sagen, wenn er nicht trifft, abonniere und sonst direkt den abonnieren. Das ist fast für mich. Der entscheidende Schuss. Wenn ich den jetzt triffe, kommt es dann wieder Fake rüber. Aber ich treffe ihn nicht. Das ist ja das Ding. Weisst? Oh mein Gott! Du, das ist wirklich traurig. Was machen wir jetzt? Einfach ein Stechen. Ja, kurz. Bis dann erst trifft. Und ich hoffe ganz von meinem törfsten Herzen, dass das effektivste Spiel Manchester United vs. Bern nicht so längmülig wird wie Astaire. Ihr könnt ja Tipps in die Kommentare schreiben, wie man besser wird im Schuss. Tipps und Tricks, ja, gerne. So, let's go. Jetzt mache ich den Win klar. Ja, mach mal. Oh! Oh! Nee! Oh Mann! Was kann so schwierig daran sein, die scheiss Latte zu treffen, Mann? Let's go, Mann! Komm! Nein! Das geht's doch nicht, Alter! So, Crossbar. Ich muss nicht mehr reden, sondern einfach Tarte, Tarte. Let's go, let's go! Ich darf nicht verlieren. Das wäre peinlich, Alter. Das wäre schon peinlich, Alter. Ich kann doch nicht gegen ein Menü verlieren als IB. Das wäre schon peinlich, oder? Du musst! Du musst! Leute! Never let's down the young boys, Alter. Das ist jetzt wirklich entscheidend. Das ist jetzt le-chit. Das ist wirklich. Das gibt nichts. Kein zurück mehr. Okay. Du musst! Du musst! Du musst! Du musst noch mal eine andere Liga verkaufen. Ja, wirklich. Also, Leute. Jetzt einfach den ersten Link in der Videobeschreibung in mein Video schauen. Da haben wir noch mal einen Rematch gemacht, aber im Fernouti schiessen. Dort werden wir hoffentlich ein wenig mehr treffen. Schaltet ein und abonniert meinen Kanal. Weisst du, ich mache eigentlich nur Werbung hier. Schaltet aber wirklich das Video raus. Das ist sicher richtig, richtig, richtig geil. Vergesst nicht, dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, aktiviert den Glocke. Und abonniert den Kanal gratis. Ciao und bis zum nächsten Mal, oder? Was hast du noch etwas zu sagen? Ja, nur zu sagen, wenn es jetzt um nichts mehr geht, dann treffe ich die Latte. Das ist so unfair, manchmal wirklich. Schau. Nein, dann treffe ich mich wirklich noch! Schlaf der Choke. Hey Luke, oh mein Gott.